Hallo und herzlich willkommen bei Nachtaktivgaming. Wir spielen Helden vs. Schorken. Wir sind zu dritt, Dennis, Margo und ich. Und ja, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, was wir hier sind. Und wir sind Menschen. Wir sind dann mal Menschen. So, mal gucken, welche Waffe ich mir jetzt hier mal nehme. Ich versuche es mal mit dieser Konstellation. Ich bin Margo. Okay. Oh, geht schon direkt, geht schon direkt los. Was, ey. Was war denn das, ey. Na, irgendwo wird doch hier was sein. Na, wo ist er? Ich muss erst mal wieder weinen können. Ja, ich auch. Ich habe jetzt auch lange nicht gespielt. Aber hier ist doch irgendwo was. Da unten. Ist hier ein Held oder nicht? Ich check's gerade nicht. Ich spiele gerade viel zu vorsichtig. Also, ich habe auf jeden Fall Lord Vader und den Imperator gefunden. Der ist bei Prinzessin Leia. Also, Dark Raider ist auch hier. Ja, ich sehe euch leider nicht. Doch jetzt sehe ich euch. Verdammt, ich bin hängen geblieben. Ich bin mit dem Daumen hängen geblieben. Ich habe zu spät gerafft, dass Boba Fett vor mir steht. Fucker. Margot, mit wem kämpfst du da? Da sind beide. Dark Raider und Imperator. Na, mal gucken, ob ich ihn ins Target kriege. Oh, ich habe schon mal viel besser. Scheiße. Ach, die anderen sind schon tot. Die sind ja schlecht. Ich habe ehrlich gesagt die Runde jetzt auch gerade gar nicht. Und ich habe eben gespielt wie so ein Angsthäschen so. Och, nö. Ich bin der. Ich bin Han Solo. Komm, Margot, ich bleibe auf jeden Fall bei dir. Ich bin die wansche Waffe. Die Waffe ist nicht gut für jemand. Granate. Ja. Ja. Also, wo soll ich Schild hier einstellen? Weiß ich nicht. Wollen wir wirklich hier drin bleiben? Oder wollen wir draußen unter den Hangar einen offenen Kampf? Keine Rolle. Aber wir müssen auf eine Ecke stellen, damit die von allen Seiten kommen. Nicht kommen. Okay, dann. Puh, puh, puh. So, Margot. Wir gehen einfach mal hier drinnen lang weiter. Und dann gehen wir mal hier. Aber drinnen, wenn da... Ja, ja, wir gehen hier, wir gehen hier hinten raus. Wir gehen hier hinten raus und dann können wir uns hier hinten... Guck, hier ist auch Dennis rechts irgendwo. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie der Weiz von dem Spielmodus hat auf jeden Fall nachgelassen. Ja, ich hab mich ja wie gesagt eben schon verklickt. Wir hätten... Gefecht wäre auf jeden Fall cooler gewesen. Nee, ich mein' ja nur so. Also, am Anfang hat dieser Modus ja wirklich Spaß gemacht. Aber Mutter, weil... Gleich, gleich. Guck mal, wer da unten ist. Aha. Ich glaube, mit verschiedenen... Falsche Taste? Ja. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Margot, ich hoffe, du bist da nicht runtergesprungen. Scheiße, ihr seid tot, oder was? Ja, das Balancing, finde ich, in diesem Spielmodus ist halt mega... ...fail. Die laufen hinter mir. Ja, und ein paar verschiedene Charaktere, ne? Es sollen ja mit den DLC-Schlächen kommen. Aber Abwechslung ist hier irgendwie fehl am Platz, wirklich. Ja, ich hoffe mal nicht, dass die sich noch so viel mehr Zeit lassen. Okay, hier ist Vader. Rechts von dir, Margot. Es sollen ja so einige sogar kommen, ne? Vader ist tot. Sauber. Sauber. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin bei dir, Margot. Oh, ich hab den Imperator getroffen. Sauber. Ist der tot? Ja. Jetzt muss nur noch Boba Fett hier irgendwo rum eiern. Das wird ein Unentschiedenes. Ja, er schießt aus einem Zentimeter Entfernung mit einer Rakete in mein Gesicht. Das war's. Scheiße. Er war ein Unentschieden, haben wir aber ausgeholt, ne? Ja. Ja, es könnte auch ruhig Schnee der Lage sein. Ja. Und das stimmt. Ja, lasst niemanden an die drei ran. Tja, also, ob da das Spiel hier so korrekt sein sollte, hat auf jeden Fall der gute Luxe-Walker das falsche Lichtschwert, ne? Nee. Doch, also, das Blaue ist dein eigenes. Verdammt. Das hat er ja nur am Ende. Bei mir gab's da Probleme. Wir werden nie aufgegen. Da war Probleme. Okay, bist du rausgeflogen? Nee, geht schon. Ich kann mich kurz nicht bewegen. Ist natürlich blöd, wenn das passiert, wenn ich im Kampf bin. Dann kann ich mich einfach nicht bewegen. Ach, verdammt. Die Spastis laufen immer zusammen rum. Zu blöd? Sind sie oder wie? Ah, sauber, Margot. Gut gemacht, Margot. Ja, weder Kinder. Ich suche gerade den Imperator. Und ich hab... Ich muss nachladen, aber es geht nicht. Ah. Da ist er. Wo denn? Der Imperator ist unter dem... Unter dem Shuttle. Unter dem weißen Shuttle. Okay. Ich suche ihn. Fuck, Alter. Ach. Da war noch einer, okay. Wollen wir mal gucken, wo die sich befinden. Jetzt fehlt nur noch einer. Oh, wer ist denn... Okay, Dennis ist hinter mir wahrscheinlich. Ich bin Skywalker. Okay, der wird hier drin irgendwo sein. Das müsste reichen. Hast du ihn gesehen? Nee. Der ist da oben. Wo denn? Oben. Er war gerade hier. Scheiße. Fuck, Alter. Hä? Wo kommen die denn alle her? Ja, auf einmal. Ist da auch Boba Fett drin? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich hab... Was ist das für ein Scheiß? Ja, der ist hier drin. Der ist da oben an der Ecke. Schnapp den mal den. Boah, ich bin gleich tot. Ja, komm mal wieder weg da. Ich hol lieber das Unentschieden. Er ist rausgelaufen. Dennis, er ist rausgelaufen aus dem Raum. Aber der Wichser war in dem Raum drin, ja. Ja, der hat sich da oben verstanden. Das war ein bisschen kacke. Ich komme beim Lichtschwert ja nicht hoch. Ja, jetzt bin ich Skywalker. Jetzt bin ich Leia. Ich bleibe drin. Ja, ja, klar. Okay. Hm, wo gehe ich denn mal lang? Der Imperator, der versteckt sich da, wo eben das Boba Fett war. Okay. Oh nee, die verstecken sich sogar alle drei da. Hab ich grad gesehen. Oh ja, ich seh's auch grad auf der Map. Ich glaub, der Imperator ist hier draußen. Ey, da ist er. Ich seh ihn. Man, hier schon wieder Lake. Wo ist denn? Hier links, links von uns. Vorsichtig. Hier ist ein Dark Raider. Ja, ich schieß ihn ab. Der hat nicht mehr viel Leben, der Typ. Ein Angriff und dann ist er tot. Scheiße. Mann. Da sind tausend Leute drinnen. Und der Imperator, aber der hat gut gefressen, aber der kann sich halt selber heilen, ne? Aber was ist denn das hier? Hier vorne ist er. Er wird mich nicht kommen sehen. Verdammt, mein Plan hat nicht funktioniert. Mann. Das ist der Spaß, die da hinter... Aber das sind ganz komische Taktiken, ne? Da spielt man mal echt mal drei Wochen nicht. Und dann, ähm... Ja, gibt es hier ganz kuriose Spielmodi. Ich hab auch lange nicht getrocknet. Ja, aber dass die sich hier in den Räumen verstecken und so ein Scheiß, das ist auf jeden Fall neu. Diese Map ist auch scheiße. Ja. Ja, ich bin halt der Meinung, es gibt halt immer diese Maps, die sind entweder pro... Pro, ähm... Allianz und pro, äh... Imperium halt, ne? Lol. Ich lauf natürlich Boba Fett direkt in die Arme. Ich hab den Imperator gehört. Ich brauch den Imperator. Lol. Ne, die sind jetzt hier unten. Also, Boba Fett und Dings sind bei Leia. Ach, das gibt's doch nicht. Was für eine Fail-Round, ey. Marco, pass auf, hier ist einer. Das ist der Darth Vader. Oh. Hier, bei mir. Wo bist du? Mann, wieso bewegt er sich so viel? Jetzt hab ich ihn mal. Jawohl. Ja, komm, jawohl. 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 So, aber. Da drin ist es wahrscheinlich nicht. Ja, da drin ist er. Jawohl. Jawohl. So, aber. Ich bin Leia. Ich bin Solo. Han Solo. Margot, ich bleib bei dir. Pass auf, das sind dieselben Spastis wie eben. Die laufen bestimmt wieder in den Raum. Weil wir sind ja immer gleichzeitig Helden, dementsprechend die wahrscheinlich auch. Ja, also wenn die da wirklich drin sind, dann wäre es eigentlich dumm, wenn wir zu denen reinlaufen. Ja. Weil dann laufen wir ihn einfach ins Feuer und dann war es das. Ne, Vader kommt gerade raus. Ja, aber er wendet auch schon wieder rein. Da ist ihm D. Okay, nicht hinterher, nicht hinterher, nicht hinterher, nicht locken lassen. Das ist Quatsch. Der Imperator ist auf jeden Fall tot. Das heißt, wir könnten rein theoretisch doch rein. Ne, die sind hier unten drin. Los. Jawohl. Jetzt machen wir es. Jetzt zeigen wir einmal. Also das Wichtige war auf jeden Fall, dass irgendwer den Imperator weggesnackt hat. Ja. Locken dürfen wir uns nicht mehr lassen. Also wie bei so einem MOBA. Nicht locken lassen. Ja. Wichtigste. Erst die Minions killen. Ja. Da unten ist auf jeden Fall das Wetter. Boba Fett ist auf dieses Schiff. Zwischen bei den Schiffe. Er hat mich getötet. Verdammt. Verdammt. Ich muss eine Etage hören. Schein Boba Fett ist auch da, Dennis. Ich fall den jetzt in den Rücken. Wir sind hier tatsächlich gerade ein wenig in der Falle. Das ist ganz blöd. Scheiße, das hast du gut gemacht. Jetzt kill ich die. Sauber. So geht das. Ich hab die von hinten nur weggefuttert. Ich hab den Imperator gehört. Jawohl. Verdammt, ich hab ihn nicht gerafft. Da rechts steht einer. Luke ist tot. Okay. Nein, 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 nein. Ich hab mich verdrückt. Wo ist der? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Verdammt, da hat die Waffe wechseln zu lange gedauert. Achtung, rechts. Habe ich nicht einen mitgenommen? Das gibt's doch gar nicht. Oh, jawohl. Okay. Komm, jetzt lass mich doch mal Luke Skywalker sein, bitte. Einmal den Luke. Natürlich nicht. Ich bin Leia, natürlich. Ich bin Leia, natürlich. Imperator, kommt ins Gebäude rein. Okay. Ist er alleine? Kommen sogar alle ins Gebäude rein. Nee, ich glaube nicht. Die sind ihm, glaube ich, gerade nachgelaufen. Ich hab ihn gesehen, Margo, hier hinten. Hier hinten ist Darth Vader. Jawohl, da ist alles noch. Auf, auf, auf. Alles, auf. Alles gut. Der ist gleich tot. Sauber, Margo. Darth Vader ist tot. Okay, und jetzt wieder rein ins Gebäude. Tim, rein ins Gebäude. Hier ist Imperator, hier, hier. Ich komme, ich komme. Wo ist der? Wo ist der? Hier. Jawohl. Margo, du atmest aber wichtig. Sturmtief, Margo. Tim, ist jetzt sturmtief. So, wir haben das Spiel auf jeden Fall gedreht. Wir lagen 2-0, hinten. nun als Mann aus dem Ort ich bin ich bin rausgelaufen wie so ein Soldat nein 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 was mache ich denn hier nicht übermütig werden alter Mago bist ja ein Alien okay du bist echt süchtig Mago der Rudiano Skywalker läuft da vorne Darth Vader ist auch ach verdammte Scheiße ich habe Boba Fett gefunden der läuft unten in den Räumen rum ich bin bei dir da ist auch nichts so die Spinner sind nur noch zu zweit ich denke mal die werden versuchen das Unentschieden rauszuholen ach Scheiße Darth Vader ist bei mir okay er hat richtig Scheiße also Imperator ist auch dabei alle drei sind dabei okay äh sieht mich jemand auf dem Map ich bin jetzt dort das heißt da drin also bei mir bei mir sich die Erbnis auf Karte ich sehe dich auf Karte ich komme Scheiße da verdammt hinter mir naja liegt lieber unentschieden machen wenn wir nicht schaffen ist das lustig okay Glück gehabt hier ist hier ist Boba Fett oben wo denn komm schon komm schon da haben wir nicht geschafft okay ich habe ihn auch gerade noch nur schon fliegen sehen ey ich darf einfach nicht Luke Skywalker spielen egal müssen wir das ganze hier mit Han Solo beenden wieder Soldat okay Scheiße wo ist er denn auf dem Feld gerade in der Mitte ah ich sehe ich bin zu weit weg hier ist Boba Fett wo hier wo Schiffe sind Danke Margo das war wichtig ich bin gleich tot ich verstecke mich ja lieber feststecken ich bleib hier drunter ich bleib unter dir Margo das ist kein Boba Fett wir kämpfen gerade gegen ähm Vader Scheiße gut so mussten wir wieder den Gegner mal wieder zeigen wie das funktioniert vielen Dank fürs Zuschauen wir verabschieden uns und Tschüss Tschüss und Bis zum nächsten Mal